Nachdem das Sturmtief Soltan mit kräftigen Böen und Schauern vor allem durch den Norden Deutschlands gezogen war, mussten sich die Reisenden der Bahn auch am Freitag auf Zugausfälle, Einschränkungen und Verspätungen einstellen. So wie hier in Frankfurt am Main war es voll auf den Bahnsteigen. Viele fahren jetzt per Bahn in den Weihnachtsurlaub. Der Sturm hatte Oberleitungen beschädigt, umgestürzte Bäume hatten Strecken blockiert. Auch im Regionalverkehr gab es schon Donnerstag witterungsbedingte Verspätungen und Ausfälle. Die Bahn hatte nach eigenen Angaben sämtliche Einsatzkräfte in Bereitschaft versetzt, um schnellstmöglich Bäume oder Äste zu entfernen. Alle Fahrgäste, die ihre für Freitag geplante Reise verschieben möchten, können ihr Ticket auch zu einem späteren Zeitpunkt nutzen. Die Zugbindung ist aufgehoben worden.